Von klein auf wissen wir, was FAIR ist. Wir lernen FAIR. Wir spielen FAIR. Wir sind FAIR zu Freundinnen und NachbarInnen. Alle gewinnen und niemand verliert. FAIR PLAY heißt, alle mitspielen zu lassen und allen die gleichen Chancen zu geben. FAIRNESS ist der Kern von Menschlichkeit. In diesen herausfordernden Zeiten suchen wir nach FAIRNESS, um Lösungen für die globalen Krisen zu finden. Klimawandel, Ungleichheit, Menschenrechte, soziale und ökologische Gerechtigkeit. FAIRNESS ist das, worum es bei FAIR TRADE geht. Gerechte Löhne, existenzsichernde Einkommen, gute Produkte, Klimaschutz und die Achtung der Menschenrechte. Dafür setzt sich FAIR TRADE ein. Jeder Beitrag, von der kleinsten Geste bis zum größten Engagement, schafft die Welt, die wir uns wünschen. Eine faire Welt, in der soziale und ökologische Gerechtigkeit einfach normal sind. Hinter jeder FAIR TRADE-Initiative steht eine bessere Art des Wirtschaftens. Eine, die auf Respekt, Vernunft und gemeinsamen menschlichen Werten beruht. Wir handeln FAIR, weil es richtig ist und weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, FAIR zu handeln. Mit unseren Mitgliedern, Partnerunternehmen und UnterstützerInnen machen wir uns für KleinbäuerInnen und ArbeiterInnen stark, damit sie sich eine bessere Zukunft aufbauen und Innovationen nutzen können. Damit wir gemeinsam Chancengleichheit schaffen und die Ökosysteme schützen. Gemeinsam machen wir uns stark für einen sozialen und ökologischen Wandel. Es gibt so viele Menschen wie dich, die wissen, dass eine nachhaltige Welt möglich ist. Menschen, die den fairen Handel als Chance sehen. Für eine Welt, die FAIR ist. Die Zukunft ist FAIR.